Yo, Freunde, was geht? Hier ist euer Johnny Hunt und ja, das wird jetzt ein kurzes Labervideo. Schaut unbedingt zu einem an, denn ich habe euch etwas zu sagen. Zuallererst heute um 20 Uhr kommt ein Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, also 20 Uhr Livestream. Ansonsten euer Feedback auf das, ich zeige euch mein Gesicht-Video. Das war ja übertrieben krass. Ich kann das gar nicht glauben. Das hat über 50.000 Likes bekommen. Das ist auf jeden Fall mega viel. So viele Likes hat noch nie ein Video von mir bekommen. Und ich habe die Kommentare durchgelesen. Ich habe mehrere Stunden Kommentare durchgelesen. Das sind so viele Kommentare. Das sind über 10.000 Kommentare einfach. Ich kann nicht alle durchlesen. Das geht nicht. Es kommen auch andauernd neue dazu. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe nicht ein einziges negatives Kommentar gelesen. Das ist so heftig. Meine Freundin macht gerade so einen Mist. Die macht gerade solche Grimassen. Also wir spazieren hier auf irgendeinem Weg. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Freunde. Ich hätte nie im Leben mit so einem positiven Feedback gerechnet. Das ist mega krass. Das hat mich so sehr gefreut. Und ich habe mir so lange darüber Gedanken gemacht, ob ich mein Gesicht zeigen soll. Und ja, ob das dann gut sein wird oder nicht. Aber auf jeden Fall wurden meine Erwartungen maßlos übertroffen. Ja, vielen Dank, Freunde. Das hat mich echt mega gefreut. Okay, kommen wir zur zweiten Nachricht. Oh Mann, da kommen Leute. Ich muss ein bisschen schneller reden. Kommen wir zur zweiten Nachricht. Ich habe jetzt endlich ein Postfach. Und ich habe jetzt auch endlich eine Packstation. Also das bedeutet, ihr könnt mir Briefe schicken oder sogar Pakete. Ich habe es euch unten in der Beschreibung verlinkt. Also Briefe bitte nur an das Postfach und Pakete an die Packstation. Getrennt. Versteht ihr? Also Briefe nur an das Postfach und Pakete nur an die Packstation. Ja, und ich werde dann in Zukunft in irgendeinem Video das auf jeden Fall mal auspacken und vorlesen, falls mir überhaupt jemand was schickt. Okay, die Leute sind jetzt vorbei. Da hinten sieht man sie noch. Vielleicht. Also wenn ich hingucke, sehe ich sie noch auf Kamera. Keine Ahnung. Wir laufen hier gerade so einen Berg hoch und es wird langsam anstrengend, weil ich bin einfach so lange nicht mehr gelaufen. Ich habe mich so lange gar nicht mehr sportlich betätigt. Also so ein kleiner Berg zu Fuß, der ist jetzt schon anstrengend für mich. Ja, ich wollte euch noch sagen, ich werde demnächst ein Frage-Antwort-Video machen, Freunde. Das heißt, ihr könnt mir jetzt Fragen unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Ich werde das Format jetzt auch nicht mehr zeigen und sein Gesicht nennen, weil ihr kennt ja jetzt mein Gesicht und das wäre ja irgendwie dann unsinnig. Ja, ich glaube, das war es. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Morgen um 9 Uhr kommt ein neues Video. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Wir sehen uns. Ich habe euch lieb. Euer Johnny Hahn. Tschüss.